Diese tolle Jeans, hier etwas flanchiertes, leicht, auch hinten nochmal, hier war ich mit einer kleinen Blümchen gearbeitet, was Spaß, und was für 25 Jahre. Tja, und für unsere Damen, die es etwas bequem mögen, habe ich diese tolle Jeans, hier auch eine Seite mit Reißverschluss, Tasche, Gummizug, also die geht auch bis kurz 52 geht, die Hose, habe ich die da auch hier oben, auch nochmal mit so kleinen Stahlsteinen, so einer Ranke, das ist hier vorne, auch die mit dieser Tasche, hier der Seite, ja, und die Hose kann man ganz gut reinschlüpfen, ja, diese Hose kommt 19 Euro, auch hier nochmal, den Pulli, für 20 Euro, ich, hier habe ich es länger, ja, oder, perfekt, na, perfekt deine Länge, für 20 Euro, der auch, da kann ich dann so schön so, ich reinschüpfen, und dann mich wohlfühlen, das ist so, wie so ein Kleidchen kannst du es tragen, zum Beispiel, das ist auch ein ganz toller Rolli, das ist das für 20 Euro, das reduziert auf 20 Euro, sieht auch super toll aus, ja, genau, daumenwolle, macht sich einfach so viel schön, dann haben wir nochmal mit dem Scheinkrabenlöffel, ja, auch nochmal, 25 Euro, sieht auch ganz toll aus, jetzt sieht man die richtig, wie dieses Zopfmuster, auch nochmal, wie das hier hinten fällt, na, ich möchte halt nochmal abgehoben, das geht jetzt auch reduziert auf 25 Euro, ja, das haben wir aber ganz anders, ja, habt ihr auch nochmal eine Jacke, die ist auch ganz vergabelt, auch in Ordnung mit dem Tü, und auch mit der Schnickerei da drin, eine Blumstickerei da drin, die ist ganz edel gearbeitet, diese Jacke, weil auch ein super Pfeil hat die, und das wird 20 Euro, das wird 20 Euro, das wird die tolle Stoffjacke, also wie ihr seht, die haben eine super Pfeil heute, und sie sind überwiegend auch Einzelstücke sehr viel dabei, die wir dann auch haben, es hat auch einen guten Sitz, eins ist eine Naturphase, die Ware kommt aus Italien, und sehr gute Markenware auch dazwischen, auch dieses Zvetti mit dem Stern eingearbeitet, ist auch weiß wieder, ne? Ja, das ist auch eine ganz hautfreundliche Faserung, das ist Zvetti, und das wird 20 Euro, das ist Zvetti. Auch dieser Kuschelnform, wo wir ein Stichlareffekt, der ist auch richtig ein Kuscheln, ich brauche so eine Leggings, da kann man auch eine Leggings-Tragung, und auch eine engere Jeans kann man den tragen, sieht auch super schön aus, auch zweifarbig, aber dunkelbaut und noch ein beige-Fortlaufen, und das für 20 Euro. Ja, das ist richtig, ja, das ist mal 30. Ja, auch für 29,90 Euro nochmal, wie wir eben sehen haben, mit den Knöpfen, da haben wir eben auch schon mehrere Farben gesehen, ne? Das für 29,90 Euro. Ja, ihr habt auch nochmal einen Schaden, den Pulli. Ohlala! 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 Pailletten! Pailletten, ja, also sieht auch toll aus, auf jeden Fall, mit diesem V-Ausschnitt. Dieser Pulli kommt jetzt 20 Euro, also für 20 Euro, diesen tollen Pulli.